Hey YouTube und Internet, zurück bei Dead Island, das ist mein Speichelpunkt. Eigentlich nicht. Shut the fuck up. Setz er mich hier wieder zurück, muss ich wieder bei den Zeppeln hier vorbei. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Ich will die Belohnung abholen, schwerer Nagelhammer, verstehst du? Go, 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 no time, no time to play. Au, von hinten. What the? Ah, da, da. So, das ist, da, da. What, 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 shit. Boah. Na, was ist denn? Schlitz ihn auf. Noch einer. Gott, Gott, Gott. Bleib weg, bleib mir weg vom Fenster. Das gibt's noch nicht, ich hab dich doch. Gott. Gott. Wer es findet, darf es behalten. Dankeschön. Ich behalte es mir. Ich brauche hier unbedingt bald eine Bazooka. Oh, geh her. Voll verarscht, das ist ja der Weg, das fängt aus länger. Geht einfach hier runter. Ach, die wieder. Nein. Nein. Oh, infiziert. Oh, infiziert. Oh, tschu. Jetzt sagst du nichts mehr, ha? Jetzt sagst du nichts mehr. Go, 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 go. Nein. Nein. Wer wollte? Du, 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 stopp. Au, 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 ha? Was hast du davon? Was? Siehst du? Siehst du? All right. Da sind wir wieder. Wie sieht es eigentlich aus mit meiner Jocke, doch. Hab ich irgendwas zum... Ich kotze gleich. Oh, warte. Oh, Gott. Ich hab nichts gehört. Das ist doch... Hör doch auf, hier. Das ist... Ich komme im zweiten Part auch nicht weiter. Nicht viel weiter. Okay. Ihr. Kommt her. Ja, komm, kommt her. Schnauze voll hier. All right. Nein. Böse. Geh er. Geh er. Geh, 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 geh. Geht mir nicht der Marsch. Ähm. Weißt du was? Weißt du was jetzt passiert? Weißt du was jetzt passiert? Ja. Geh, geh, geh. Ah. Ähm. Du? Nein, nein. Nicht sterben. Nicht. Ich warne dich. Spiel. Ich warne dich. Gib mir dir Money. Gib mir dir Money. Money. Ich wäre jetzt wirklich sauer gewesen. Aber so richtig. Energy. Oh ja, Energy Drinks. Alles meine. Meine Energy Drinks. Alles will helfen. Ja, aber nicht das. Was ist das für Musik? Okay. Ja, super. Eine Kiste. Geh weg damit. Okay. Öffnen. Äh, trinken. Dann öffnen. Man, etwas. Eine Fackel. Halleluja. Ich höre schon wieder was. Ich höre schon wieder was. Okay, wie viel Fackeln, wie viel Fackeln, wie viel Fackeln, wie viel Fackeln brauche ich hier? Besorge Fackeln. Mehrzahl. Also zwei. Mindestens. Verdammt. Da habe ich nicht aufgepasst in der Schule. Ah, ne. Ah, ne. Oh, ne. Da ist wieder so ein Typ. Wisst ihr was? Ne. Tja, da schaust du. Schläger. Was glaubst du, wo du bist im Fußballstadion? Oh, late. Wo ist die Fackel hier hinten? Öpp. Nehme ich mir. Und. Hier. Exakt daneben. Nicht schlecht. Schaut's weh? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Du verlässt den. Na, du Idiot. Hey. Langsam, aber ich kann nicht mehr. Oh Gott. Willst du mir sagen, dass dein Arm länger war als mein Arm mit diesem Schläger? Dafür, mein Freund. Gibt's heute ein paar auf die im Übel. Du hast sowieso meine Sichel. Du Arsch. Okay. Ihr zwei. Hey. Hallo. Frischfleisch. Komm. John. Hey. Und. Hey. Wow. Ach, schon hier. Du sollst auf das Ding ziehen. Oh, mach mich nicht schwach. Nein. 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 Okay. Das funktioniert ja fantastisch. der Plan ging ja wirklich fast auf. Funktioniert. Ja, genau. Soll ich mich direkt hinstellen? Was? Gib mir. Gib mir das. Und. Wolltest du, wolltest du. Ey. Ganz ruhig bleiben. Freut mich, ganz ruhig bleiben. Ah, ah. Es schien. Ah, 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 ah. Der kommt hier rauf. Hier kannst du dich. Es erlauben. Klepieren. Und übergehen. Exakt. Huch. Feuerfahrzeug. Und. Und tschüss. Keine Zeit. Keine Zeit. Keine Zeit. Wieso bist du und warst so schnell als ich? Bist du nicht. Ja. Nimm diese Kiste und spiel damit. Okay, wenn du schon unten bist. Wenn du unten liegst. Bleib unten liegen, wie es sich für einen Toten gehört. Ich hasse es, wenn Tote nicht wissen, dass sie tot sind. Lass sie sie hinten. Was zur Hölle ist das? Erforschen, erforschen. Super. Haben wir erforscht. Jetzt weiß ich Bescheid. Und den ganzen Weg hinauf. Wegen Kanten. Du bist doch nicht. Doch. Tschüss. Money. Und tschüss. Und weiter. Go. Go, diese Quest mache ich jetzt hier noch fertig. Souverän und exzellent. Vielleicht nicht souverän und vielleicht auch nicht exzellent. Aber ich mache sie fertig. Und schließlich ist das alles, was zählt. Abkürzung. Abkürzung. Ich kann nicht klettern. Gott sei Dank. Okay, ich bin vollkommen fix und fertig. Ist dieses Auto am Baum? Was ist das? Ist das verdammt gut geparkt oder gehört das zum Schild? Bist du... Was bist du? Ein Idiot. Okay. Keine Zeit für Idioten.